Die Welt verändert sich. Das Klima heizt sich auf. Ressourcen werden knapp. Es gilt, sparsam mit Energie und Material umzugehen. Das sind wir der Umwelt schuldig. Sorgsam mit Energie und Materialien umzugehen, kommt aber auch Unternehmen zugute. Es senkt Kosten, es reduziert die Abhängigkeit von Rohstoffen und es verkleinert den ökologischen Fußabdruck der Unternehmen. Energie und Materialeffizienz sind deshalb zentrale Strategien für Umwelt und Unternehmen. Zusammengefasst nennen wir sie auch Ressourceneffizienz. Wie können Unternehmen Ressourceneffizienz möglichst wirkungsvoll umsetzen? Ein Hebel dafür ist es, Rebound-Effekte zu vermeiden oder zu mindern. Was genau sind Rebound-Effekte? Wenn ein Unternehmen ressourceneffizient wirtschaftet, spart es Energie und Materialien ein. Die eingesparten Ressourcen kann das Unternehmen in der Folge nutzen, um seine Produktion auszuweiten, um zu investieren oder um die neuen und effizienteren Technologien intensiver zu nutzen. All dies erfordert neue Energie und neues Material. Was ursprünglich an Energie und Material eingespart wurde, geht dann teilweise oder sogar vollständig wieder verloren. Wichtig! Rebound-Effekte machen Energie- und Materialeffizienz nicht etwa überflüssig. Im Gegenteil. Sie zeigen, dass aus Umweltsicht weniger erreicht wurde, als möglich gewesen wäre. Es sind also weitere Anstrengungen nötig. Rebound-Effekte entstehen, wenn sich im Zuge von Effizienzsteigerungen oder in deren Nachgang das Verbrauchsverhalten im Unternehmen ändert. Und wenn aufgrund dieser Verhaltensänderungen die erwarteten Einsparungen teilweise wieder aufgezehrt werden. Ein eingängiges Beispiel. In einem Betrieb werden die Leuchtmittel erneuert. Die Umstellung auf LEDs kann grundsätzlich viel Energie einsparen. Ein Rebound-Effekt entsteht dann, wenn die neue, effizientere Beleuchtung länger eingeschaltet bleibt. Oder wenn das Unternehmen bei der Neuplanung beschließt, größere Flächen als bisher auszuleuchten oder die Räume heller zu beleuchten. Dies zehrt Teile der geplanten Energieeinsparungen wieder auf. Verursacht werden die neuen Verbräuche möglicherweise genau durch das Wissen, dass die LEDs effizienter sind als die Beleuchtung vorher. Eine effizientere Technologie oder ein effizienterer Prozess wird intensiver genutzt, als es zuvor der Fall war. Diesen Rebound-Effekt nennt man Reutilization-Effekt. Der wohl bekannteste Rebound ist der Output-Effekt. Hier werden die Effizienzgewinne genutzt, um den Output des Betriebs zu erhöhen. Beispielsweise setzt das Unternehmen eingespartes Material ein, um mehr Produkte herzustellen. Oder die Firma nutzt finanzielle Effizienzgewinne dafür, ihr Produkt stärker zu bewerben. Oder sie senkt den Produktpreis. In der Folge setzt sie mehr Produkte ab. Steigt die Produktion, steigt auch der Verbrauch von Energie und Materialien. So werden die Einsparungen der Effizienzmaßnahme durch neue Verbräuche gemindert. Es gibt noch weitere Typen von Rebounds. Reinvestment und Respending-Effekt. Redesign-Effekt, Faktor-Substitutionseffekt und Front-Share-Effekt. Auch bei ihnen werden die Einsparungen der Effizienzmaßnahme jeweils durch neue Verbräuche gemindert, gelegentlich sogar aufgezehrt. Unternehmen können Rebound-Effekte aktiv managen und mindern. Ein wichtiger Schritt ist dabei, absolute Einsparziele für Energie und Materialien zu definieren. Für einzelne Effizienzmaßnahmen, aber auch für das gesamte Unternehmen. Neben strategischen und organisatorischen Stellschrauben empfehlen wir Ihnen für Effizienzmaßnahmen, eine Wesentlichkeitsanalyse und einen Rebound-Check durchzuführen. Messen Sie die Verbräuche vor und nach der Umsetzung einer Maßnahme und monitoren Sie Ihre Verbräuche auch mittelfristig. Entwickeln Sie eine Policy dazu, wie Sie die finanziellen Gewinne aus Effizienzmaßnahmen erfassen und nutzen wollen, beispielsweise für weitere Effizienzmaßnahmen und ökologische Investitionen. Mehr Hinweise können Sie unserem Management-Leitfaden entnehmen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!